ja heute mit kopfhörer ich hatte bei den ersten zwei aufnahmen audio probleme wir werden ich werde die ersten die trainingsmissionen einfach nochmal machen und ja erstmal herzlich willkommen seid gegrüßt zu der zu der nächsten also auf jeden fall auf mein geplant ist natürlich kompletten serie 1 und 2 ich hatte viele schwierigkeiten und auch soundtechnisch und ja da hoffe ich natürlich dass wir erfolgreich mit sind wie gesagt ich hatte ja voller so leid so audio technisch hoffe ich passt es jetzt halt so mann likes to keep secrets secrets are stock and trade besides from what i hear you have a few of your own i'm not like you in case you're wondering i'm in the hand the program agents and handlers work in unity afisch ist klar leider hatte ich die szene beim letzten mal versprungen deswegen will ich mich die gerne mal angucken partly textbook but i suppose fieldwork never is tell me what did it feel like taking lives random disordered is that why you came here why you let us test you ja okay not the only one being tested well we are here basic training starts 600 hours i should leave you to prepare ah ja okay gut ja ich hoffe soundtechnisch geht das so jetzt ne mein plan sie will mich quasi also und in dem fall ja gut alles klar aber wir sind an der testanlage jetzt logischerweise wie der prolog das auch gesagt hat und wir werden getestet mhm mhm ah so euch das vielleicht neu ich hab's schon gesehen daher ich geh jetzt noch nicht ganz ran so neuen nube mäßig ihr wisst dass ich's schon gemacht hab das ist relativ easy geholfen ich gehe hier rein nehm ihn hier und hau ihn runter zack erledigt so ja will ich ja also wer hätte man nicht kennt die kannst du so ziemlich äh in jede person die es da so rumläuft kannst du quasi deren identität annehmen ne das ist ja ich habe auch schon wie gesagt das habe ich so ein bisschen herausgefunden ich bin jetzt kein rober pro ne ich habe jetzt also ich habe den prolog glaube ich abgeschlossen also die mission und dann irgendwie eine abschlussprüfung so kommst du auch gewinnt man ja ist gut so jetzt so durften wir speichern was ich nicht gemacht habe hier ist natürlich dinge die ich mitnehmen kann gut gibt's aber nix ja grüß dich rudy ja 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 was ist das hier ratengift jawoll her damit ist das hier die bar area in welchen initiiert so also den genrum ecke 00 so da kommen wir her Oh, hier ist eine neue Verkleidung, eine theoretische. So, alles klar. Jetzt sind wir verknallt, nicht mal als Techniker, sondern die Jachtbesatzung. Wir haben einen Schrank. So, sowas ist immer gut. Okay, sowas ist immer gut. So, haben wir den. Drehen in den Schrank. So, nehmen wir mit. So. Ähm, aufstehen. So. Ah ja, gut, alles klar. Sowas immer mitnehmen. Super ready. Gehen wir weiter. Oh, hier ist noch einer. Jetzt decken wir uns alles ein. Äh, kein Problem. Ach, der hätte uns ja kennen können, oder was? So doof, oder was? Ah, pass auf. Ähm, i. Ich habe keine Münze. Okay. das reicht in aller seelen ruf weiter das habe ich auch nur so die immer wird immer durch jüte mäßig ist hier auch so die andere seite vom engine room und wie kommen wir her insel der denn da die ganze für spaß daran hat der soll es machen gut alles klar also das war die doppelkaiute genau hier pinsel irgendein scheiß immer hoch wenn es ein typ der uns wieder was macht er hier haben wir jetzt nichts zum weg schaffen sag ich mal also müssen wir ihn entfrieden lassen prinzipiell oder warten bis er eben halt weg ist das ist leider so so haben die 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 Ja, danke. Ja, danke. Ja, das ist natürlich spannend. Also diese Facetten, so wie ich das jetzt hier mache, habe ich es ja auch noch nicht gemacht. Das ist schon was anderes. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. so so Geht es auf oder geht es nicht auf? Geht auf. Das ist halt kacke, ne? So, jetzt komm doch da rein und stell dich doch nicht in die Tür, Mann. Ey. So, gib mir mal einen Stromschlüssel. Be advised, initiate. ICA-Klients rely on our discretion and do not expect collateral damage. So, ready. Steh doch mal auf, Mann. Hallo. Guten Tag. Be careful out there. Uh, have you thought of it yet? Hold on. Well, Mr. Ritter, I have to tell you about. Mhm. Your target is down. Now head calmly towards an exit. Stay with us. So good for watch you. Oh yeah, watch. so leute so in der art und weise habe ich auch noch nicht gemacht ja ich bin richtig cool also rein ich habe hier wir essen zeit ja sehr schön aber eine mustermission oder unterbrechen ich habe eben noch ein bisschen frühstückkonsum ja geil so also so könnte das aussehen danke 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 ja machen wir jetzt direkt im anschluss also wir sehen uns in der nächsten folge zur abschlussprüfung ja 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 ja